Peter Knebel verlässt zum Ende der Saison den FC Schalke 04. Warum sich das angedeutet hat und warum es die richtige Entscheidung war, das in diesem Video. Am heutigen 15. November wurde dann das veröffentlicht, was schon lange gemunkelt wurde. Peter Knebel wird nach der laufenden Saison seinen Vorstandsposten abgeben und dort wird jetzt möglichst schnell eine neue Person gesucht. Peter Knebel war ja bereits seit April 2018 anfangs noch als Leiter für Nachwuchs und Entwicklung auf Schalke tätig und hat dann in einer der ehrlicherweise schwierigsten Phasen der letzten Jahre den Verein in sportlicher Führung übernommen. Und ich denke, die meisten von euch werden die letzten Namen noch so alle im Hinterkopf haben. Wir hatten Felix Magath als Sportvorstand, dann Horst Held, dann Christian Heidel, dann Jochen Schneider und dann eben Peter Knebel, als bereits klar wurde, okay, nächstes Jahr werden wir in der zweiten Liga spielen und dort galt es ja ursprünglich noch, dass Peter Knebel nur als Übergangslösung fungieren wird. Das sind jetzt am Ende dann dreieinhalb Jahre geworden. Und dass die Entscheidung so ausfallen wird, war bereits dem meisten wahrscheinlich klar. Intern gilt nicht umsonst Knebel und auch Hechelmann als die größten Verantwortlichen für das absolut katastrophale Abschneiden in der bisherigen zweiten Bundesligasaison. Da haben natürlich insbesondere auch die Kaderzusammenstellung und auch die Personalie Hechelmann, wird ja mehr als kritisch gesehen, hatte der doch vorher noch überhaupt keine Erfahrung als Sportdirektor. Wir müssen da nochmal zurückschauen. Einer der ersten Aktionen von Peter Knebel war natürlich die Installation von Ruven Schröder und ich glaube, auch wenn er jetzt bei einem Verein ist, den wir alle nicht mögen, Ruven Schröder hat uns zumindest teilweise echt viel bedeutet und hatte auch insbesondere natürlich in der Zweitligasaison Spieler, ich erinnere da an Itakura, an Salazar, die uns begeistert haben und richtig mitgezogen haben. Doch natürlich hat auch er in der Erstligasaison dann viele Fehler gemacht, viele Spieler, die gar nicht funktioniert haben. Mit Kramer einen Trainer geholt, den eben auch ein Peter Knebel abgesegnet hat, der überhaupt nicht zum Verein und auch überhaupt nicht zur Spielphilosophie gepasst hat. Und da muss sich natürlich Knebel dann am Ende auch dafür rechtfertigen, als dann ein Ruven Schröder geht und ein André Hechelmann vom Chefscout eben zum Sportdirektor kommt, der vorher da noch keine Erfahrung drin hat und dementsprechend auch jetzt der Kader zusammengestellt wurde für die zweite Liga, wo man sagen kann, okay, man müsste definitiv mal in der zweiten Liga bleiben, aber wie wir jetzt momentan spielen, das ist ja furchtbar und wir müssen aufpassen, dass wir nicht absteigen. Als Peter Knebel 2018 in den Verein gekommen ist, hatte ich persönlich relativ gute Gefühle, weil er eben in die Leitung der Nachwuchsabteilung gekommen ist. Das bedeutet, er war nicht direkt am vordersten Front bei der Profimannschaft, sondern sollte sich eben um junge Spieler kümmern. Und da hatte er ja insbesondere in der Schweiz bei Basel und auch eben bei der Schweizer Nationalmannschaft bereits gezeigt, was er für eine riesen Fachkenntnis hat, hat die Schweizer Nachwuchsabteilung von Basel eben komplett auf links gedreht und auch auf Schalke hat er ja dann das eine oder andere geschafft. Ist dann eben in die Vorstandsposition gekommen, da Jochen Schneider einfach nicht mehr weiter tragbar war, aber ist nie zu einem wirklichen Lautsprecher auf Schalke geworden und wenn, dann meistens in die falsche Richtung. Ich meine, unvergessen bleibt wahrscheinlich die Pressekonferenz, als Ruven Schröder den Verein verlassen hat und man wirklich davon ausgehen konnte, okay, lebt Ruven Schröder wirklich noch? Also Pastor Knebel wird wahrscheinlich den meisten von euch ein Begriff sein und da war wirklich nicht viel zu holen und irgendjemand muss ja wirklich gesagt haben, ja, das ist eine gute Idee. Ich bin ganz ehrlich, es war keine gute Idee. Menschlich muss ich persönlich sagen, dass ich Peter Knebel immer sehr geschätzt habe. Er wirkte auf mich immer sehr engagiert, auch sehr mit Schalke verbunden und wirklich an den Interessen des Vereins auch verpflichtet. Allerdings muss man dann am Ende sagen, dass Schalke wahrscheinlich, insbesondere auf Vorstandspositionen im Bereich Sport, etwas anderes benötigt. Ja, es ist natürlich die Frage, wer als nächstes kommen wird. Da muss man jetzt schauen, ob dann wieder eine Person bereits kommt, die mit dem Aufsichtsrat bereits verbunden ist. Das bedeutet, wo man bereits Kontakte hat. Ich meine, unser neuer CEO, der ist auch bereits vorher bekannt gewesen. Bei Trivago unter anderem hatte man da bereits schon Kontakte oder ob da etwas komplett Neues entsteht und eine komplett neue Person installiert wird. Der eine oder andere fragt sich natürlich auch, warum das Ganze denn jetzt überhaupt erst zur neuen Saison passiert. Auf der einen Seite läuft dann natürlich der Vertrag aus von Peter Knebel. Andererseits geht das Ganze auch jetzt direkt nicht, da unser Vorstand momentan eh nur noch aus zwei Personen besteht. Nachdem Bernd Schröder eben den Verein verlassen hat, sind es ja nur noch Rül Hamas und eben Peter Knebel. Und da ein Vorstand immer beschlussfähig bleiben muss, benötigt es zwei Personen. Dementsprechend müssen wir erstmal mit Peter Knebel weiter Vorlieb nehmen. Aber das wird jetzt auch nicht mehr daran scheitern. Ich meine, es kommt es sowieso darauf an, im Winter möglichst noch gut zu adjustieren. Und da ist natürlich auch André Hechelmann angefragt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, mache ich mir da noch viel, viel mehr Sorgen, weil bei André Hechelmann habe ich ein sehr ungutes Gefühl, denn er sucht meistens die Fehler überall, nur nicht bei sich. Nach Hefer, dem Aufsichtsratsvorsitzenden des S04, gab es eben gute Gespräche, sowohl mit Knebel als auch mit anderen Verantwortlichen, wo dann eben feststand, okay, nach der Saison wird man sich trennen. Und für Peter Knebel wird es dann eben wieder in die Heimat, in die Schweiz gehen, näher zur Familie und dort auch wieder gemeinsam Zeit zu verbringen. Für uns bedeutet das natürlich der nächste Sportvorstand, der es nicht wirklich lange aushält bei uns. Also, wie bereits gesagt, Peter Knebelt, davor Jochen Schneider, der eigentlich von Tag 1 an keine wirkliche Chance hatte und der gar keine Möglichkeit hatte, länger bei uns zu bleiben. Christian Heidel, der alles, aber definitiv nicht nachhaltigen Erfolg gebracht hat, sondern eigentlich nur Geld ausgegeben hat, Geld ausgegeben hat, Geld ausgegeben hat. Für Leute, wo wir jetzt uns fragen, wie konnten wir dafür teilweise 13, 14 bis zu 27 Millionen für Breel Embolo bezahlen. Und davor natürlich Felix Magert, der in zwei Saisons 50.000 Leute gekauft hat. Die Wunschlösung für alle ist natürlich wahrscheinlich relativ eindeutig und das wird Oliver Runert sein von Union Berlin, der bereits natürlich Schalke Vorerfahrungen hat und der immer auch wieder damit geliebäugelt hat, zurück zum Verein zu kommen. Die Frage ist natürlich auch, wie es bei Union weitergeht. Also kann man diese Saison noch irgendwie retten? Kann man noch sich ins gesicherte Mittelfeld wieder zurückbegeben? Steigt man ab? Und was passiert natürlich auch bei uns? Kommen wir da raus? Kommen wir dann ins gesicherte Zweitliga-Mittelfeld oder wo spült es uns am Ende noch hin? Oliver Runert. Das wäre natürlich der Traum, aber inwiefern das realistisch ist, sei mal dahingestellt, was für Namen dann noch auftauchen, das werden wir natürlich in den kommenden Monaten sehen. Ich werde euch hier auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und bin sehr gespannt natürlich, was ihr sagt. Was sagt ihr, Peter Knebel? War es die richtige Entscheidung, dass er den Verein verlässt? Oder hättet ihr ihn gerne noch länger bei uns gesehen und wen hättet ihr jetzt gerne als Nachfolger? Schreibt es mir in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.